Hallo. Marie, Moment. War es für einen Überfall? Stell dir vor, das Jugendamt hat angerufen. Der Richter vom Vormundschaftsgericht hat damals vergessen, den Beschluss zu unterschreiben. Weißt du, was das heißt? Ja, dass er offenbar nochmal unterschreiben muss. Der Richter ist seit einem Jahr im Ruhestand. Ja und, haben die kein Geld für einen Nachfolger? Marie, verstehe du. Die ganze Adoption ist überhaupt nicht rechtskräftig. Und das Schlimmste ist Sarah Weißes. Der Leiter vom Jugendamt hat gesagt, dass sie einen Rechtsanwalt einschalten will. Die nehmen mir Paula weg. Kai, Benni. Hallo. Der bleibt hier. Der kommt mit. Ich denke, deine Tussi hat nur zwei Zimmer. Okay. Bringen Sie ihn zurück. Was ist denn bei euch los? Peter zieht aus. Wieso? Weshalb? Der Grund ist blond und langhaarig. Wenn euch nicht beeilt, fahre ich ohne euch zu entfernen. Ich bin ihm nachgefahren und habe sie mir angesehen. Ich bin ja auch noch da. Ich bin ja auch noch da. Paulas Zuhause ist hier. Bei Benni und Kai. Und bei mir.